Huawei P20 Lite und Samsung Galaxy A51 – Viele von euch schwanken zwischen den beiden Produkten. Ein spannender Vergleich. Ich stelle die unterschiedlichen Fakten der Geräte in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften gegenüber. Am Ende des Videos gibt es einen Sieger. In der Beschreibung unter dem Video findet ihr aktuelle Amazon Bewertungen und Preise zu beiden Handys. Design Bei der Kategorie Design gewinnt das P20 Lite knapp mit 54 zu 51 Punkten. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen. 27 Gramm leichter, 0,5 Millimeter dünner, 2,4 Millimeter schmaler, 9,9 Millimeter kürzer und 15% geringeres Volumen. Bildschirm In der Kategorie Bildschirm ist das Galaxy A51 mit 69 zu 47 Punkten eindeutig vorne. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser. 5,3% höhere Auflösung, 11,3% größere Bildschirmgröße, besitzt Bruch- und kratzfestes Glas, OLED- bzw. AMOLED-Bildschirm und Bildschirm ist immer an. Das P20 Lite hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile. 6,7% höhere Pixeldichte und besitzt ein IPS-Panel. Leistung In der Kategorie Leistung gewinnt das Galaxy A51 eindeutig mit 88 zu 77 Punkten. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser. 4 GB mehr Arbeitsspeicher, 6 Nanometer kleinere Halbleitergröße, hat Grafik integriert und 744 GB mehr externer Speicher unterstützt. Das P20 Lite hat auch etwas vorzuweisen und hat folgenden Vorteil. 1,5% schnellerer Prozessortakt. Kameras Bei der Kategorie Kameras ist das Galaxy A51 mit 68 zu 48 Punkten eindeutig vorne. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen. 3,9-fach mehr Megapixel der Hauptkamera, zweifach mehr Megapixel der Frontkamera, verfügt über eingebaute optische Bildstabilisierung, zweifach bessere Qualität der Videoaufnahme, 9,1% größere Blende bei minimaler Brennweite, hat einen hintergrundbeleuchteten Sensor, BSI, unterstützt Videoaufnahmen in Zeitlupe. Es bietet eine manuelle Belichtungssteuerung, es hat einen manuellen Fokus, 3 Mikrometer größere Pixelgröße der Hauptkamera. Es bietet eine manuelle Verschlusszeiteinstellung und verfügt über eine Zeitrafferfunktion. Das P20 Lite hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile. Hat einen CMOS-Sensor, es speichert Fotos, auch im Rohdatenformat und 9,1% größere Blendenöffnung bei minimaler Brennweite der Frontkamera. Audio. In der Kategorie Audio kommen beide Geräte auf 62 Punkte. Es gibt hier keine größer abweichenden Spezifikationen. Akku. Beim Punkt Akku gewinnt das Galaxy A51 deutlich mit 64 zu 58 Punkten. Es glänzt hier mit folgendem Vorteil. 33% mehr Akkuleistung. Eigenschaften. Bei der Kategorie Eigenschaften gewinnt das Galaxy A51 knapp mit 82 zu 78 Punkten. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen. Zweifach schnellere Downloads, hat Wi-Fi 5 Verbindung, 0,8 Versionspunkte neuere Bluetooth-Version, dreifach schnellere Uploads, unterstützt ANT Plus und unterstützt sofortige Markierung. Das P20 Lite hat auch seine Stärke und hat folgenden Vorteil. Hat Bluetooth-APTX. Ergebnis. Das Samsung Galaxy A51 liegt in der Gesamtwertung mit 71 eindeutig vor dem Huawei P20 Lite mit 49 Punkten. Für aktuelle Preise und Erfahrungsberichte auf Amazon könnt ihr einfach auf den Link in der Beschreibung unten klicken. Falls euch dieser Vergleich auf Basis von Spezifikationen gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Lasst mich und alle anderen auch unbedingt wissen für welches Produkt ihr euch entschieden habt und warum. Ich freue mich über jeden Like. Wenn ihr neue Vergleiche nicht verpassen wollt, abonniert jetzt meinen Kanal und klickt auf die Glocke. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.